Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf Server. So, wir gucken mal hier rein. Okay. Was? Ey! Arschloch! Bitte? Hallo? Hallo? Was? Zum... Ich höre dort doch jemanden laufen. Wo? Wo? Du... ...vom Validaitis! Help me! Wo bist du? Da! okay war gesehen es war nur eine puppe was ist hier los was ist das für ein Zimmer okay Lull? was? wer weiß Manchmal geht der aus 205 runter in den Keller. Was? Sutern Gaia Oha A real deal Why leave it here I need this hat too Woher? Was zum Boah, leck mich am Arsch, ey Das Spiel wird kein Stück besser Ja und dazu noch schöne Musik, ey Gibt es hier irgendwas Interessantes Ne Karte, wow Ne I Was Chiron Is problem not solution Ja Gesundheit Hier ist schon wieder so ein Buch Das wird einfach nicht besser Ja Nachtsicht Hier gibt es aber anscheinend nichts Außer das Buch Boah So was nicht einfach mal nur pure Ekelhaftigkeit Mehr scheint es hier nicht zu geben Ne Hier war auch nichts Hier noch irgendwas Nö Weiter geht es auch nicht Das hat sich hier aber alles ganz schön verändert, muss ich sagen Okay 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 Ja. Kann ich dich besonders interessieren? Hey, Mann, chill. Es ist nur... Die meisten Körner haben nicht die Balls, die hier alleine kommen. Was hast du? Seht irgendwas ausüblich? Man, hier ist nichts nicht ausüblich ausüblich. Any Outsiders kam hier, seit der Lockdown? Hey, ich habe niemand gesehen. Aber das bedeutet, dass sie nicht. Weißt du was ich sagen? Wahrscheinlich. Later. Läuft bei denen. Es scheint auf jeden Fall immer viel Spaß zu haben. Was? Meister? Ja, Master Rosak. Mäster Rosak? Ich denke, er ist nicht da drin. Er ist nicht. Ich kann Messungen nehmen. Du kenne ihn immer immer Master? Ich kenne ihn immer Master. Und ist er ein guter Master? Ich bin nicht sicher, was ich verstehe. Kannst du die Frage wiederholen? Ist er in irgendwelchen kriminellen Aktivitäten? Ich bin nicht so sicher. Ich kann ihn nicht besetzen, ja! Ich kann ihn nicht besetzen, ja. Äääh... Du, du, du... Du bist nicht ein Bot, bist du? Ja, Femcom 6.0. Es ist ein 6-Bot. Oh! Das ist ein acceptable Kolloquialismus. Mit Nachmittagssitzung, ah, so nennt man das. Ja, das will ich benutzen, komm her, schade, 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 und wieder eins runter. Hä? Oh wow, okay. Waren wir hier nicht schon nochmal? Was? Was ist das? Oh Bixer Wenn ich nicht vorher auf dem Klo gewesen wäre, hätte ich mir das definitiv in die Hose gemacht. Doch, hier waren wir doch schon mal, oder? Na klar. Die Tür fällt doch gleich zu und ich bin eingesperrt. Sack, hier waren wir schon. Hier. Ja, hier waren wir schon. Ich habe da schon wieder was gehört. Ey. Dieses Spiel. Hier wirst du kopfkrank. Ganz ehrlich. Schon wieder so ein Buch. Es wird einfach nicht besser. So. Wie es aber weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann. Bleibt unspannt. Genießt die Tat und bye bye. Rockstar, dancer, till I drop. My life is as hard if my hope is the club. Nostate is the dance, your party never.